Heute sorgen wir dafür, dass du Meditation richtig lernst und gleich von Anfang an alles Wichtige in einem Video hast. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo und heute sprechen wir über ein Thema, was mich sehr, 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 sehr stark inspiriert und mir persönlich in meinem eigenen Leben auch total wichtig ist und sicherlich auch dafür verantwortlich ist, dass ich vergleichsweise sehr erfolgreich bin und zugleich sehr glücklich. Und darüber bin ich sehr, 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 sehr stolz und kann davon nur einen großen Teil der Meditation auch zuschreiben und deswegen ist mir auch ein totales Herzen anzuliegen, dass so viele wie möglich von euch damit anfangen. Deswegen will ich heute wirklich einfach ein ganz simples Video machen, wo du danach, wenn du es angeschaut hast, sofort weißt, was du zu tun hast, du nicht mehr irgendwelchen Bullshit im Kopf hast, weil es gibt ja so viele Assoziationen und Ideen und Vorstellungen von Meditation, aber im Prinzip ist das Ganze super, super einfach und genau diese einfache, diese reinste Form der Meditation möchte ich im Prinzip in diesem Video erklären. Es entspricht sehr, sehr stark dem, was eine Zen-Meditation ist oder was der Sinn von Zen ist. Da habe ich auch schon mehrere Retreats besucht und ich finde, das ist einfach die beste Variante, was einfach mega einfach ist. Du verstehst es super schnell, musst nicht lange drüber nachdenken und kannst direkt anfangen und genau deswegen starten wir direkt mit den einzelnen Punkten durch. Der erste wichtige Punkt ist mal der Ort. Und der Ort, an dem du meditierst, sollte zum einen immer der gleiche sein, das ist super entscheidend. Er sollte ruhig sein, das heißt, es sollte nicht schlicht irgendjemand reinkommen, es sollte auch grundsätzlich kein großer Lärm sein und er sollte vor allem auch ablenkungsarm sein. Das bedeutet, eigentlich ist eine weiße Wand, an die du schaust, mit das Beste, weil du nicht die ganze Zeit irgendwelche Gedanken an irgendwelche anderen Dinge hast oder irgendwas anderes siehst, was du jetzt lesen könntest oder wo du hingehen könntest oder dein Handy oder sonst irgendwas, sondern sollte wirklich so ruhig wie möglich sein und deswegen ist es auch sehr sinnvoll, dann immer den gleichen Ort zu nehmen, weil wenn der Ort immer gleich bleibt, wird sich dein Kopf auch irgendwann dran gewöhnen, es wird nichts Besonderes mehr sein oder man wird nicht mehr die ganze Zeit im Raum rumschauen, wie wenn du dir die ganze Zeit wechseln wirst. Deswegen immer den gleichen Ort, möglichst ruhig und möglichst keine Ablegungen. Dann kommen wir zur Sitzposition, die ist ja sicherlich eine Sache, die viele, viele, viele am Anfang ein bisschen verzweifeln. Jetzt auch, wie setze ich mich so hin, dass es einigermaßen bequem ist? Wie setze ich mich so hin, dass es richtig ist? Und ich habe letztes Wochenende selbst einen Meditation Retreat besucht, da war auch ein sehr hoher Zen-Meister dabei, der uns da einige Vorträge erzählt hat und ist zum Glück, weil es so ein komplettes Einsteiger-Seminar war, ist zum Glück auch ganz konkret auf die Sitzposition eingegangen und so wie er es erklärt hat, war es einfach mega geil, weil es war so simpel, dass es jeder rafft und genau das gebe ich euch jetzt eben weiter. Die beste Position, in der du sitzen kannst, ist der volle Lotus. Das ist im Prinzip ein Schneidersitz, wo du beide Füße noch jeweils auf dem gegenüberliegenden Oberschenkel hast. In dieser Position kannst du dann, oder solltest du fast eher noch, ein Kissen unter deinen Po packen, aber auch nicht so, dass das Kissen komplett flach ist, sondern mehr, dass es so, ich sage es mal so, schräg ist und du im Prinzip da so ein bisschen drauf sitzt, also nicht von oben drauf, sondern von der Seite so ran, dass du ein gewisses Gefälle in deiner Körperhaltung bekommst, wodurch du durch die leichte Neigung nach vorne noch mehr Druck mit den Knien in den Boden bekommst, was dir während der Meditation und der ganzen Haltung grundsätzlich einfach viel mehr Stabilität gibt, was sehr, 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 sehr wichtig ist. Diese Position erfordert aber natürlich auch eine große Gelenkigkeit oder Dehnbarkeit und wenn du die nicht hast, wie ich beispielsweise, dann wäre die nächste Stufe der halbe Lotus, wo du sozusagen ein Bein, ein Fuß nicht mehr auf den Oberschenkel legst, sondern den runter packst, der andere Fuß bleibt trotzdem noch auf dem Oberschenkel, das wäre der halbe Lotus, ansonsten auch alles gleich. Wenn du das auch nicht schaffst, wie beispielsweise ich, dann kannst du beide Füße runternehmen, wie gesagt, das Wichtigste ist immer da, dass die Ellenbogen, nicht die Ellenbogen, ich zeige es nur mit meinem Ellenbogen, die Knie wirklich gut im Boden verankert sind, weil dir das eben die Stabilität gibt. Das ist der Lotus oder dann eben auch der Schneidersitz, was dann kommt, wenn du auch das nicht schaffst, wie beispielsweise eben ich, kannst du dich hinknien. Da gibt es so Meditationsbänke, wo du sozusagen, du hast die Bank, du kniest dich vorne hin, packst deine beiden Beine unten drunter durch und setzt dich mit deinem Arsch oben drauf. Ganz einfach ausgedrückt. Da kannst du dann beispielsweise auch ein Kissen nehmen, was du dann sozusagen zwischen deine beiden Beine nimmst und dich auch das Kissen drauf setzt. Das ist auch möglich. Das ist dann so die nächste Position, die man machen kann. Die schafft beispielsweise auch ich, ist teilweise ein bisschen schmerzhaft in den Knien und so weiter und in den Füßen muss man alles ein bisschen austarieren. Und auch mit Kissen und einer Bank und der richtigen Bank und der richtigen Höhe ein bisschen noch ausprobieren, sodass es für dich eben angenehm ist, weil das ist das aller, aller Wichtigste, dass du da lange entspannt sitzen kannst. Und wenn all diese Positionen nicht für dich hinhauen, dann setz dich einfach auf einen Stuhl, auf einen Sessel, auf so eine höhere Bank oder so. Das heißt, du sitzt einfach aufrecht. Und das sind im Prinzip so von den Beinen her die verschiedenen Sitzpositionen, die du haben kannst. Und jetzt gehen wir noch auf den Oberkörper ein, bei dem alles gleich ist. Also egal, welche Sitzposition du von den Beinen her hast, die Oberkörperposition bleibt immer gleich. Und zwar das Wichtige ist, dass du einen geraden Rücken hast, ja, dass du dich mal vom Becken her aufrichtest und nicht versuchst, irgendwas groß so anzuspannen oder zu halten mit den Muskeln, weil das wird langfristig einfach wehtun, sondern das Ziel ist es, möglichst viel von deinem Körpergewicht im Prinzip über deine Knochen und deine Wirbelsäule einfach in den Boden abzustützen, dass du es nicht mehr halten musst, sondern dass einfach die Schwerkraft das Ganze übernimmt. Soviel zum Oberkörper. Blick sollte, also die Kopfhaltung sollte gerade nach vorne sein. Die Augen sollten aber so einen 45 Grad Winkel nach unten schauen, damit du nicht so in den Raum reinschaust, sondern vielmehr ein bisschen so auf dem Boden. Das verstehe ich auch noch nicht hundertprozentig, warum das so viel besser sein soll. Deswegen, ich wechsle noch ein bisschen ab. Aber der Zen-Meister hat gesagt, so nach unten schauen schwingen, bitte schon irgendeine gewisse Richtigkeit haben. Die Hände, wenn wir jetzt vom Zen sprechen, hält man eigentlich so, dass man sie so hält und dann die Daumen ganz leicht zusammen, sodass du dann ganz leicht den Kontakt spürst. und aber auch nicht so, dass es so Merkel-Style, dass es so hält oder schlaff halten oder wirklich gerade so, dass es sich gerade so berührt, dann packst du die Daumen vom Bauchnabel und sitzt dann im Prinzip so da. So leicht nach unten schauen und dann versuchst du dich eben auch auf den Kontakt der beiden Daumen gewissermaßen zu fokussieren, um eben im Moment zu bleiben. Und das ist die SIS-Position für jeden und zwar jeder sollte sich einfach so aussuchen, wie es für ihn am besten hinhaut. Was machen wir dann eben mit der Technik? Die ist ganz einfach und da gibt es auch wieder ganz viele komplexe Sachen, die in meinen Augen gar nicht so viel Sinn haben, sondern das Wichtige, das wirklich Wichtige bei der Meditation ist ja das Folgende, dass du im Jetzt bist. Und das machst du zum einen eben über diesen leichten Kontakt, weil du da einfach merkst, okay, wie sehr bin ich noch da, wenn beispielsweise jemand anders an dir vorbeigeht und du während dem Meditieren dann die Daumen so unten hast, zeigt es einfach davon, dass du gerade nicht wirklich im Moment präsent anwesend bist. Und das Einzige, was du im Prinzip machen musst, das mit den Daumen ist ein bisschen hin und her, man kann die Hände auch mal ein bisschen auf die Oberschenkel ablegen, mache ich auch ganz gern mal, weil das auch mal anstrengend wird. Das bedeutet, die zentrale Aufgabe, die du während der Meditation hast, ist es einfach nur auf deinen Atem zu achten, nicht deinen Atem besonders zu kontrollieren oder besonders tief oder sonst irgendwas zu atmen, einfach nur auf deinen Atem zu achten. Das bedeutet, du sitzt einfach nur da, schaust gleich nach unten, Hände, Haltung, wie wir besprochen haben und dann einfach nur... Und du versuchst einfach nur den Atem so bewusst wie möglich wahrzunehmen, so stark wie möglich im Moment verankert zu sein. Was dann automatisch passieren wird, ist, dass Gedanken kommen. Das bedeutet, du denkst, Oh ja, okay, irgendwie verstehe ich das nicht ganz oder was hat Leo noch mal in seinem Video gesagt und so weiter. Und das sind alles nur Gedanken. Die versuchst du nicht wegzuschieben, wie manche auch immer sagen, sondern du versuchst dich einfach nur wieder auf deinen Atem zu konzentrieren. Das bedeutet, das ist keine Verdrängung, sondern nur refocus. Du fokussierst dich einfach nur wieder auf den Atem. Und dadurch, dass du dich immer wieder auf den Atem fokussierst, werden die ganzen Gedanken mit der Zeit weniger. Aber das muss automatisch passieren und nicht, weil du es willst. Weil das ist nur dein Gedanke, dass du denkst, ich will weniger Gedanken haben. Wo man auch schon merkt, warum Meditation teilweise so knifflig ist und warum auch so viel Verbierungen herrscht. Aber es ist ganz einfach. Einfach nur auf den Atem achten, weil dann die Gedanken weniger werden. Und jedes Mal, was noch tausendmal passieren wird, wenn ich eine Milliarde mal, dass du wieder in deinen Gedanken führst und in irgendeiner Story bist du da irgendwas nachdenkst, nicht dafür vorurteilt, nicht sagen, oh, aber Leo meinte ja, ich soll nicht denken. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, in dem Moment, wo du merkst, dass du wieder in irgendeinem Gedanken, in irgendeiner Geschichte bist, du dich sofort wieder auf den Atem konzentrierst. Und das ist alles, was du während der Meditation machst. Und genau deswegen ist es eigentlich auch so unfassbar einfach. Wann sollte man am besten meditieren? Das ist in meinen Augen ganz, 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 ganz klar morgens. Denn das Entscheidendste ist, dass du nicht einmal meditierst und dann denkst, du hast es jetzt oder irgendwie hast du es verstanden. Das ist eine tagtägliche Übung. Und deswegen das Allerwichtigste ist, dass du tagtäglich meditierst. Every freaking day. Okay, das ist super wichtig, dass man sich selbst irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt das Commitment, ich ziehe es jetzt durch, ich etabliere es jetzt als eine meiner wichtigsten Gewohnheiten, wenn ich die wichtigste Gewohnheit, und ich meditiere jeden Tag. Und das schaffst du dann am besten, wenn du es eben morgens machst, weil du zum einen eine fixe Zeit einfach sagen kannst, beispielsweise direkt nach dem Aufstehen oder wie ich nach dem Spaziergang. Und dann ist es da einfach fix, da kann auch nichts dazwischen kommen, weil du ja davor nichts anderes machst, außer zu spazieren zu gehen und dann zu meditieren oder gleich zu meditieren. Du hast eine feste Uhrzeit und du hast eine gewisse Verbindlichkeit mit dir selbst. Gleichzeitig ist es morgens tendenziell eher noch ruhiger, sowohl im Haus, wenn du vielleicht vor allen anderen aufstehst, und genauso auch draußen, also da fängt jetzt keiner an mit Rasenmähen oder es fliegt auch in der Regel kein Hubschrauber oder ein Flugzeug über dich drüber. Deswegen ist das einfach eine sehr, sehr gute Zeit morgens und zusätzlicher geiler Effekt ist auch noch, dass du eher weniger Gedanken hast, weil wir denken ja vor allem über Dinge nach, die vielleicht heute passiert sind und wenn da noch nicht so viele Impulse in dein Kopf heute reingekommen sind, weil du ja gerade erst aufgestanden bist, dann wird es dir auch wesentlich einfacher fallen, eben beim Atmen zu bleiben und nicht sofort wieder in 100.000 Gedanken überzugehen. Wie lange du pro Session meditierst, ist grundsätzlich mal dir überlassen, dann würde ich einfach mal mit der Zeit anfangen, die für dich am besten ist und damit meine ich nicht, was am leichtesten ist, sondern was du gerade noch sinnvoll schaffst, weil es bringt nichts, wenn du sagst, ich meditiere jetzt, keine Ahnung, eine Stunde am Stück und dann hängst du 40 Minuten nur rum. Das macht keinen Sinn, deswegen mach die Zeit, wie du das Ganze wirklich noch konsequent üben kannst, wie du wirklich gut in der Praxis sein kannst, dich immer wieder auf den Atem zu konzentrieren und du es auch körperlich durchhältst, weil natürlich ist so einfach starr da zu sitzen, auch eine körperliche Belastung, die man immer, immer beachten sollte, aber das wirst du auch einfach über die verschiedenen Sessions merken, wie lange du es schaffst. Wenn es ist, fang einfach nur mit 5 Minuten an, gar keinen Fall weniger, auf gar keinen Fall weniger, ich denke 5 Minuten kriegt jeder hin. Der Zen-Meister hat gesagt, auch als Anfänger sollte man möglichst schnell auf 15 Minuten kommen, weil du davor nicht wirklich in die Übung reinkommst, deswegen 15 Minuten sollten sehr, sehr schnell ein absolutes Minimum sein und von da an kannst du einfach, wenn du merkst, okay, ich kann jetzt 5 Minuten draufpacken, ich kann 10 Minuten draufpacken, ich kann 15 Minuten draufpacken, das einfach auch machen. Ich bin beispielsweise aktuell bei einer halben Stunde und bin damals auch von, als ich bei 15 Minuten war, dann sofort auf 30 gegangen. Da bin ich einfach mehr der Typ, sofort ein noch krasseres Level zu gehen, was man machen kann, was vielleicht ein bisschen anstrengend ist, dann auch wirklich durchzuziehen, aber wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. Wenn du sagst, nee, ich gehe lieber in Schritten, dann kannst du auch einfach jeden Tag eine Minute mehr machen oder so oder jede Woche 5 Minuten mehr. Wie auch immer es für dich eben einfach passt. Und wenn du das wirklich durchziehst, dann warten eine Reihe an Vorteilen auf dich. Das fängt an dabei, dass du einfach wesentlich produktiver wirst, du wesentlich effizienter lernen kannst, weil du einfach viel mehr Fokus, viel mehr Konzentration hast, wenn du die ganze Zeit, jeden Tag, am Morgen schon, vor allem, was du machst, übst, möglichst fokussiert in diesem einen Moment zu bleiben, dann ist es ja vollkommen logisch, dass wenn du dich dann auf irgendeine Aufgabe konzentrierst, du die auch viel einfacher bewältigen wirst und nicht sofort in andere Gedanken gehst oder an dein Handy greifst, weil du es ja sowieso schon immer übst, bei der Sache zu bleiben, die du jetzt gerade machst. Und wenn es sowas Simples ist, wie auf deinen Atem zu achten, das ist ja, wenn du irgendeine Aufgabe machst, fast schon Entertainment dagegen. Genauso ist es natürlich so, dass du viel stärker im Jetzt bist, du lebst viel stärker im Moment, du bist viel mehr präsent, wodurch du natürlich grundsätzlich glücklicher bist, du wirst weniger Stress haben, was in der Kombination dann natürlich auch wieder dafür sorgt, dass du wesentlich gesünder lebst, was natürlich unfassbar erstrebenswerte Vorteile sind. Genauso wirst du einfach viel bewusster leben, du wirst dir selbst viel klarer sein, du wirst dich selbst viel besser kennenlernen, viel besser verstehen, warum du in gewissen Situationen emotional reagierst, warum da wütend bist, was du vielleicht auch im Leben möchtest. Das ist nicht so ein, oh, jetzt habe ich es, sondern es ist einfach so ein, du sinkst tiefer in das, was du eigentlich wirklich bist. Und deswegen auch für jeden, der jetzt sein Abitur gemacht hat und sich umlegt, oh, ich weiß nicht, was ich machen soll und so weiter, meditiert einfach mal, das ist nicht jetzt die One-Size-Fits-All-Lösung, so nach dem Motto, meditier und du weißt sofort, was du willst, aber das kann euch super, super viel dabei helfen, euch noch stärker kennenzulernen, noch stärker in euch selbst reinzuhören. Und dann, ganz langfristig gesehen, oder für die Leute, die auch spirituell richtig krassen Ehrgeiz haben oder da auch richtig krass reingehen wollen, gibt es natürlich verschiedene Dinge, wie außerkörperliche Erfahrungen oder auch Erleuchtung und so weiter, worüber man sich definitiv selbst noch informieren sollte, wo auch ich noch sehr in der Lernphase bin. Aber da gibt es definitiv auch eine sehr gute Wahrscheinlichkeit, dass es da einfach nochmal Levels in unserem Leben gibt, die wir bisher noch gar nicht für möglich halten. Und was auch einer der Gründe ist, warum ich noch meditiere. Und deswegen würde ich das auf jeden Fall jedem empfehlen. In meinen Augen ist Meditation die Superpower der heutigen Gesellschaft. Das bedeutet, jeder, der für mich, der regelmäßig meditiert, wird einfach einen unfassbar großen Vorteil gegenüber allen anderen haben. Das mache ich noch nicht mal so im Konkurrenzdenken, was natürlich hinsichtlich der Produktivität auch stimmt. Aber du wirst einfach ein so viel besserer Mensch, ohne das Ganze werten zu wollen, aber in so vielen Bereichen mit deinem Leben einfach so viel besser sein und du wirst dich so viel besser verstehen und du wirst vielleicht so viele Dinge mehr erleben, einfach nur durch die Meditation. Deswegen meine ganz, ganz große Empfehlung, fangt damit an, macht es auch, wenn es ein bisschen will ist am Anfang, macht es auch, wenn es ein bisschen langweilig ist am Anfang. Für die Leute, die schon meditieren, ihr könnt gerne auch mal reinschreiben, was euch geholfen hat, in die Meditation reinzukommen. Oder auch, wenn du noch Fragen hast, schreibt mir alles in die Kommentare. Ich beantworte immer jeden Kommentar, außer einer geht mal unter. Aber das sollte eigentlich nicht vorkommen, vor allem nicht bei den neuesten Videos. Und deswegen zieht das durch. Ich glaube, wir machen euch im Video bei uns im nächsten Video. Euer Leo.